Und mein Kollege Erhard Schärfer begleitet seit Mittwoch den Obama-Besuch in Berlin und steht jetzt vor dem Kanzleramt. Erhard, was passiert denn gerade innerhalb des Gebäudes? Innerhalb des Gebäudes muss ich einen Moment nachdenken, was da passiert. Außerhalb des Gebäudes haben wir jetzt wieder verstärkten Hubschraubereinsatz, denn vor exakt zwei Minuten hat US-Präsident Obama das Kanzleramt verlassen, hat eine ganze Weile wieder in seiner gepanzerten Limousine sitzen müssen, bis der Sicherheitsdienst den Weg freigegeben hat, den Weg, den er dann nimmt, direkt zum Flughafen Tegel, von wo es aus dann weitergeht Richtung Peru. Wir sehen ein paar Bilder, die letzten Bilder des US-Präsidenten auf deutschem Boden, so in seiner Funktion als US-Präsidentin. Die beiden haben ja gestern schon in der Pressekonferenz gesagt, eines Tages werden sie sich sicher wiedersehen. Und er hat angedeutet, dass man ja auch prima telefonieren könne zwischendurch, wenn es denn mal nötig ist. Sie sehen die beiden nochmal herzlich sich verabschieden und dann hat er sich auf den Weg gemacht im regnerischen, schlimmen regnerischen Berlin an diesem Freitagmittag. Es ist wirklich schlechtes Wetter inzwischen hier in der deutschen Hauptstadt. Nun, da kann er froh sein, dass sie in Südamerika möglicherweise mildere Temperaturen erwarten. Also Barack Obama auf dem Weg weiter auf seiner Abschiedsreise durch die Welt. Und im Kanzleramt dürften auch die Gespräche zwischen den anderen inzwischen beendet sein. Soweit wir wissen, sollte es um 12.30 Uhr, also in diesen Minuten, ein Arbeitsessen geben, das die Bundeskanzlerin einnimmt, gemeinsam mit Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy. Die Sechserrunde ist folglich schon seit geraumer Zeit zu Ende. Die übrigen vier, die übrigen drei europäischen Staats- und Regierungschefs werden in Kürze Berlin wieder verlassen. Und die Bundeskanzlerin hat dann um ungefähr 14.15 Uhr nochmal einen Termin, einen Pressetermin gemeinsam mit Theresa May, der Premierministerin von Großbritannien. Und im Anschluss daran wird man dann ein Gespräch führen, unter anderem zum Thema Brexit, aber auch, wie denn das Prozedere sein soll zwischen den Europäern und den Briten bis dahin. Und ja, das ist augenblicklich der Stand der Dinge hier. Pläne des Tages. Wie haben Sie denn die letzten Tage erlebt? Gibt es in Berlin immer noch so einen Obama-Hype wie zu Beginn seiner Amtszeit? Oder ist da inzwischen auch ein wenig Ernüchterung eingetreten? Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen, denn das hat damit zu tun, dass es keine öffentlichen Termine mit Barack Obama gegeben hat. Ich vermute mal, wenn es die gegeben hätte, hätten wir nochmal zumindest einen Teil davon, dieser Begeisterung, die es für diesen Mann gegeben hat, als er als Senator hier gewesen ist und gesprochen hat, hier in Berlin. Und da sind ja 200.000 Menschen zur Siegessäule gekommen, um ihn zu sehen und ihm zuzuhören. Diese Möglichkeiten hat es diesmal nicht gegeben. Wir haben es 2013 erlebt, als er vor dem Brandenburger Tor gesprochen hat. Da waren zwar nur erlesene Gäste, ausgesuchte Gäste anwesend, aber auch da war die Begeisterung und das Interesse groß an seinem Besuch. Ich vermute, dass das hier auch nochmal stark gewesen wäre, wenn er tatsächlich öffentliche Auftritte gehabt hätte. Aber so hat er sich zumindest, was erkennbar war oder für uns sichtbar war, ja hauptsächlich bewegt zwischen dem Hotel Adlon am Brandenburger Tor und dem Kanzleramt. Das ist ja kein Kilometer Entfernung zwischen diesen beiden Plätzen. Und entsprechend war die Sicherheitszone auch hier in diesem Bereich. Und Bürgerinnen und Bürger konnten hier nicht wirklich vordringen. Es gab gestern mal kurz, als er hier angekommen ist, zu seinem offiziellen Besuch im Kanzleramt, einige Schaulustige, die es relativ weit geschafft haben, hier an die Absperrung ganz in der Nähe vom Paul-Löbe-Haus und die dann auch applaudiert haben, als die gepanzerte Limousine vorbeigefahren ist. Aber wie gesagt, ich nehme an, hätte es die Gelegenheit gegeben, ihm zuzujubeln, hätten ihm sicher ganz viele Berliner zugejubelt, denn eines bleibt ja unabhängig von seiner jetzt auslaufenden Amtszeit. Er ist ein Politiker mit Charisma, auch wenn er vieles nicht erreicht hat in seiner Amtszeit, was er eigentlich erreichen wollte. Wie leicht ist Ihnen die letzten Tage das Arbeiten gefallen? Also sind Sie gut von Ort zu Ort gekommen? Sie haben gerade schon die massiven Sicherheitsvorkehrungen angesprochen, seitdem der US-Präsident in der Stadt ist. Sagen wir mal so, mit der Ausnahme des Wetters war das eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben ja hier den Zugang vor allem zu diesem Platz, an dem wir stehen, der einiges entfernt ist vom Kanzleramt, wie Sie sehen. Wir stehen also hier direkt vor dem Paul-Löbe-Haus, das zum Bundestag, zu den Bundestagsgebäuden gehört. Und hier gab es lediglich eine einzige Sicherheitskontrolle, wo man den Sonderausweis vorzeigen musste, den man für diesen Staatsbesuch oder für diese Zeiten des Staatsbesuchs braucht. Da wir die Schaltgespräche nicht aus dem Bundeskanzleramt führen konnten, mussten wir diese Sicherheitsvorkehrungen dann auch nicht mitmachen. Die werden aber auch relativ im normalen Rahmen sich bewegt haben. Es ist halt so, wie das ist bei Staatsbesuchen unter der Sicherheitsstufe 1+. Und die gelten ja außer für den US-Präsidenten, für den russischen Präsidenten, für den Staatspräsidenten Israels, für den Papst und für die Queen. Diese fünf haben also ganz besondere Aufmerksamkeit hier bei den Sicherheitskräften. Da werden halt hin und wieder bestimmte U-Bahn-Teilstrecken gesperrt. Hier die U55, die zwischen Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof verkehrt. Die ist seit Mittwoch eingestellt, wird heute Nachmittag möglicherweise wieder fahren. Dann hat eine S-Bahn oder die S-Bahn-Linien, die das Brandenburger Tor oder unter dem Brandenburger Tor halten, sind hier durchgefahren aus Sicherheitsgründen. Die Station war gesperrt die ganze Zeit. Also extremer Sperrbezirk und extrem abgeriegelt das Gebiet eben zwischen Brandenburger Tor und Kanzleramt. Und dann müssen sich jetzt natürlich einige Autofahrer hier in Berlin in dieser Minuten, exakt in diesen Minuten wieder auf Absperrungen einstellen, wenn der Tross des US-Präsidenten sich auf den Weg zum militärischen Teil des Flughafens Tegels macht. Dann geht hier natürlich vorübergehend gar nichts mehr. Aber wenn ich das alles richtig beobachtet habe, gab es doch alles in allem relativ wenig Einschränkungen. Wie gesagt, anders war es beispielsweise 2013, als Barack Obama auch mit seiner Frau und den Kindern viele Programme auch in der Stadt hatten, viele Orte sich angeguckt haben. Und da war natürlich im Umfeld immer großes Getöse, große Sicherheitsvorkehrungen. Und da war es auch wirklich sehr schwer, von einem Ort zum anderen zu kommen, hier in Berlin-Mitte. Das ist diesmal nicht der Fall. Vielen Dank, Erhard Schärfer nach Berlin.